Hallo zusammen, es ist Freitag, es ist der 6. Januar und die erste Börsenwoche ist rum. Das war eine hervorragende Woche für Longisten, hat wirklich Spaß gemacht. Also die Sachen, die ich im Jahresausblick auch genannt hatte, Accor, Lufthansa, Fraport, Adidas, VW, Bayer, ist auch alles schön gestiegen. Teilweise 52 Wochen hoch, teilweise mehrere Jahreshochs. Gefällt mir gut, also insgesamt gefällt mir der Markt nach wie vor sehr gut. Vor euch liegt der Wochenchart. Im Anschluss an den DAX habe ich noch Deutsche Telekom und LVMH. Die kommen also nach dem DAX dran. Also, das ist der Wochenchart. Super Kerze, fast so schön wie diese hier. Das sind, wenn ich richtig gesehen habe, rund 700 Punkte seit Wochenbeginn. Alles schon ordentlich. Richtig, richtig schön eingekauft. Mir gefällt es hier. Und wie gesagt, das ist der Wochenchart hier. Jetzt gehen wir mal lieber auf den Tagesschart, da sieht man die ganze Geschichte ein bisschen besser. Wir liegen wieder genau an diesem 61-Jährige Tracement. Das war das Retracement von dem All-Time-High, also von Anfang Januar letzten Jahres bis zum Jahrestief. Da sind wir ziemlich genau dran. Im Moment handelt er bei 14.600. Hat er auch, glaube ich, leicht drüber geschlossen. Ich habe jetzt den Schussgrüß nicht im Kopf. Da sind wir dran. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Hier war der False Breakout. Und jetzt sind wir wieder dran. Soweit ist er also wirklich an einem oberen Widerstand. Und von hier würde ich jetzt mal sagen, ist es nicht ganz klar, ob er jetzt da wirklich nochmal zwei, dreihundert Punkte drüber geht oder nicht. Aber ich muss euch mal ein paar wichtige Punkte nennen, die ihr im Auge behalten solltet. Sehr wichtig ist diese Abrisskante hier. Ich mache die mal ein bisschen breiter, dass man das besser sieht. Tada! Das ist ziemlich genau bei 15.000. Damit haben wir immer mal wieder gespielt. Ein bisschen drunter, drüber, ein bisschen drunter, drüber. Aber das ist schon eine relativ wichtige Marke, außer dass sie eine psychologische Bewandtnis hat. 15.000. Da sind noch 400 Punkte hin. In der Zwischenzeit gibt es noch so kleinere Bereiche. Das ist hier bei 14.800. Da war die Eröffnung. 14.800 ist so eine Geschichte. Diesen Punkt hier, den nehme ich nicht so ernst. Da waren beim Hoch bei 14.675. Nehme ich zur Kenntnis aber nicht besonders ernst. Die Bänder gehen leicht auf, aber nicht so, dass ich sagen muss, das ist jetzt ganz besonders toll. Jetzt lege ich euch schon mal, damit ich für euch auch Zeit spare, die Scheine nebendran, während ich das analysiere. Dafür brauche ich dann keine extra Zeit. Wir haben also hier eine sehr schöne Rallye, kurz korrigiert. Das untere Band ist weit weg. Die Technik ist nach wie vor hoch, gilt als überkauft. Wir sind weiter positiv über das MACD und wie gesagt, wir hängen an der 14.590, 14.600. ist ein Widerstand. Aber so wie der die ganze Woche über gehandelt hat, das war extrem stark, muss ich schon sagen. Ich habe ja verschiedene Zeine. Ein Call 13.523, den habe ich gewählt. Da liegen wir unterhalb der 200-Tage-Linie, da haben wir einen kleineren Hebel. Und 13.850 liegen wir hier in diesem Bereich. Also für diejenigen von euch, die glauben, dass es weiter hoch geht. Wirklich, die 15.000 ist schon ein Widerstand. Nicht nur psychologisch, sondern tatsächlich auch vom Chart her. Deswegen habe ich die Puts auch deutlich dahinter gelegt. 15.318, da sind wir hier. Mal gucken. 15.318, da sind wir hier auf diesem Bereich. Und die 15.535 sind wir noch hier hinter. Also ich möchte es jetzt gern wissen, wie der sich jetzt hier oben verhält. Aber als Wochenausgang ist das super. Da muss schon irgendwas Heftiges kommen, um den davon wegzubringen. Es gibt so eine Theorie, die sagt, wenn die erste Woche gut ist, wird es ja gut. Da gebe ich nicht so viel drauf. Es gibt nämlich auch eine Theorie, die haben ja in Amerika bald wieder dieses Football-Endspiel. Wer da gewinnt, das macht den DAX oder den Dow hoch oder runter, da gebe ich genauso wenig drauf. Also nur weil die erste Woche jetzt positiv ist, heißt es nicht, dass es ja positiv sein muss. Aber ich denke nach wie vor, es sind viele, viele schlechte Einflussfaktoren bekannt. Und vor dem Hintergrund hält der sich gut, weil er irgendwann keinen Bock mehr hat zu fallen. Das muss ich einfach so sagen. Der will nicht mehr. Ich mache die mal hier runter. Wir haben jetzt sehr, sehr gute Unterstützung. Das ist jetzt hier schon 600 Punkte tiefer geht es los. 20-Tage-Linie, dann 14.068 mit dem 50er-Retracement. Also ich finde nach wie vor, der sieht ganz gut aus. Ich bin noch Long, ja, ich bin ein Long-Gist, aber auch nicht mehr viel. Das gebe ich auch zu, weil das habe ich also richtig schön hier mitgenommen von dieser Strecke hier. Da waren zum Beispiel Bayer-Calls dabei, die gingen von 9 Cent auf, glaube ich, 27 oder 28 innerhalb von einer Woche. Das macht dann schon Spaß. Nur bin ich nicht der Typ, der das auf ein Thumb-Mail draufschleibt. Prost, 300 Prozent in einer Woche. Also das ist nicht meine Art, das werdet ihr von mir nie hören. Also ich bleibe hier grundsätzlich positiv. Dips können gehen bis zum Bereich 14.050. Können sie gehen, aber wären dann für mich eher kaufenswert. Also ich suche jetzt hier nicht mit aller Gewalt ein Short. Dafür liegt er mir einfach zu stabil. So, jetzt habe ich folgendes. Und zwar, das ist am Montag. Das ist richtig cool. Das sind die Bros, also die Trading Brothers. Die machen das mit meinem Chef, mit dem Jens Labusch. Das ist abends, das ist ein kostenfreies Webinar, um 18 Uhr. Ich stelle den Link bei YouTube unten drunter. Das dauert fast zwei Stunden. Aber das ist cool. Wenn die das zusammen machen, ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr schöne Sache. Wie gesagt, Link kommt unten drunter. Ich selbst bin am 21. und 22. Januar dran. Das ist allerdings ein Webinar. Und dieses Webinar, das ist kostenpflichtig. Das ist Samstag und Sonntag. Da müsst ihr mal auf die Homepage gehen. Da findet ihr das unter dem Bereich Seminare. Da kann man sich auch noch zu anmelden. So, und jetzt gehe ich mal kurz in die, was war das? Das Telekom. Deutsche Telekom. Deutsche Telekom. Hier. Ich gucke nicht so oft auf Telekom, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mache es mal auf Wochensicht. Die Zahlen der T-Mobile waren grandios. T-Mobile. 6,4 Millionen neue Mobilfunkkunden in Amerika. Das ist viel. Weil die bleiben ja erstmal. Das ist ja keine Geschichte, die man dann wöchentlich irgendwie ändert. Jetzt will ich euch das hier mal zeigen. Und zwar lege ich jetzt mal hier diesen Trend hier drauf. Diese Trendlinie. So, das ist der Tagesschart. Das ist der Wochenchart. Jetzt guckt mal, wo die herkommen. Das ist ein 20-Jahres-Hoch. Also die sind kurz vor der 20. Im Moment handeln sie bei 19,76. Das ist ein 20-Jahres-Hoch. Das ist hier hinten. Das gefällt mir. Das ist tatsächlich eine langgezogene Bodenbildung. Die waren runter bis 7 irgendwo. 2 Millionen neue High-Speed-Internet-Kunden. Das ist auch viel. Auch das wechselst du nicht jeden Tag. Da kommen also ordentlich Gebühren rein. Und der operative Gewinn liegt bei rund 37 Milliarden. Also die machen, was Amerika geht. Ein super Job. Amerika ist für die eine echte Cash-Cow. Gefällt mir gut. Gut, muss ich wirklich sagen. Auf Wochensicht, Monatsicht gefällt mir sehr gut. Wenn die hier drüber gehen, jetzt gehe ich auf den Tagesschart, dann haben die auch nochmal Platz. Aber es ist halt eine, ich nenne es mal eine langsame Aktie. Das ist nicht so ein High-Flyer. Das ist nicht so etwas wie Tesla oder Uniper. Das ist eine langsame Aktie. Das ist etwas für Endanleger. Aber gefällt mir gut. Hier von 18,80 hoch auf die fast 20. Also jetzt erstmal 1 Euro hoch. Gefällt mir sehr gut. Und das Zweite, das war auch sehr interessant. Ich weiß, da sind nicht so viel drin. Aber LVMH. LVMH. Da gibt es 1300 K.O.-Scheine für. Das ist eine breite Palette. Durch die gelockerten China-Restriktionen erwartet man insgesamt einen Anstieg des Umsatzes, des Gewinnes. Barclays nimmt die hoch von 8,45 auf 8,80. Bernstein von 8,11 auf 902. Die haben einen Umsatzanstieg im dritten Quartal gehabt von 19%. Das ist viel. Und wenn er jetzt mal hier drauf schaut, da muss ich gar nicht hier, ja komm, ich mache es mal leider. Da ist das 2020. Ich mache es mal auf Wochensicht, dann sieht man es schöner. Von wo die kommen. Das ist 2016. Ich gehe mal weiter. 2009. Hier sind wir schon bei 1991. Da waren sie irgendwann mal 17. Also das ist wirklich fast wie am Strich gezogen. Ganz lange Seitwärtsphase. Und aus der drohen sie nach oben auszubrechen. Wir haben hier schon wieder ein, das ist, das sind 52 Wochen hoch. Ne, das ist von Anfang 2022, gehen sie bald hin. Aber wenn sie da drüber gehen, über die 749, sind die in den sogenannten Uncharted Territories. Da ist nichts. Da ist 1.000 angesagt auf Sicht von vielleicht einem Jahr. Also der Arno ist für mich ein hervorragender Geschäftsmann. Der macht das ganz toll. Der erinnert mich ein bisschen an Herrn Piisch. Der hat seinen Laden im Griff. Die Frage ist natürlich, was ist, wenn der nicht mehr da ist? Ja, aber so darf ich nicht rangehen. Aber tatsächlich, er hat seinen Laden im Griff. Der weiß genau, was er will. Der macht das hervorragend. Das hat er Maske abgelöst. Aber ich glaube, das ist den beiden auch egal. Ich weiß nicht, ob die da besonders stolz drauf sein müssen. Der reichste Mensch der Welt zu sein. Aber der macht das super. Macht das ganz, ganz toll. Also ich bleibe hier insgesamt recht positiv. Ich meine, Dips sind zum Kaufen zu nutzen. Ich kann das Wort Rezession und sowas nicht mehr hören. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, wo ich hinschaue, schlechte Nachrichten. Oder schlechte Aussichten. Ja, von wegen, am liebsten DAX unter 10.000. Ich habe das noch nicht auf der Agenda. Ich möchte jetzt gerne wissen, was macht er an der 14.590 der DAX. Und dann mal schauen, dann ist der Weg erstmal frei bis ganz grob 15.000. Und dann weiter gucken. Aber mir gefällt der Freund hier. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.